willkommen beim neuen video bei meinen kanal heute spielen etwas besonderes spiel wir spielen hier ist grün ist an rot ist aus ist ein paar andere klappte ich nicht was hier not ausschaltet ja schad den ich zeige euch so lang paar andere sachen ich möchte euch den reaktor raum zeigen ich habe so ein gefühl dass die euro ich bin er und das so ein vieles dass man so leicht über am rakt gehen kann sicher ist der reaktor das ist der reaktor in kraftwerk jetzt gehen wir zu den wasserpumpen finde wenn wir das skala ich weiß nicht wo die türe hingehen pump heilen wo sind die die geht auch da lang ich kann sein dass es regnet so kann man nicht zu den pump heilen laufen dann gehen wir ins kontrol raum wieder gut das sehen das sehen was auch passieren wird das sehen wir das sehen der was gut was er was so passieren wird du wapest du wapest du wapest du wapest Geht, Geht. Mal sehen. Csundafel er hätte es nicht umschalten wie viel ist denn drin und er hat auch was in dieser weil sie erst raus wird ich hab so ein gefühl dass die pump noch kaputt gehen wie der aussieht so ist schon besser hier kommt geht doch alles kaputt wirklich ich weiß nicht ich weiß schade das hat mich keine euro war es um ihren privatserver zu holen wer bei subversion spielt ist privatserver oft besser wenn man dann dieser tun kann was man möchte auch das kann die tue 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 wer schreibt es ganz Das ist so dumm. Hehehe, so leid. Das ist so dumm. Ich weiß nicht, dass ich die Lungen verletzen kann. Hm. Alles ist hier grün also. Wo ist hier die A1? Hat ich irgendwie illegalerweise die Pumpe angemacht? Ja, das ist hier wie eine andere Ereignisse. Ich bin wirklich nicht in die Handzüge, sondern ich habe die Züge verletzen. Weil das nicht in die Lage ist. Das gehört sich nicht in die Ereignisse. Er, nein. Ich bin jetzt, die Ärgerin zu werden. Das ist also ein Typ. Das ist das Typ. Ja, wenn ich die hätte, würde ich hier die Privat-Servor einholen, wirklich. Die Ding ist die weiße Skizze. Alles ist doch gut. Ich möchte den Notausschalter drücken. Vava, Luis fängt da an den Sicherheits-Test überhaupt an. Drei. Drei. Das ist mein Knopf. Wende weg von meinem Knopf. Das ist ja übel. Natürlich gehen bei den Pumpen der Reaktor nicht hoch. Danke für Ausscheid. Hier gehen nicht mehr die Alarme an. Hä, ich werde deine Ab剛才én schreiben lassen. Hier anhören Sie mich. Alles ist gut. Können wir hier mal die 3000 erreichen, wirklich? Endlich, wir drücken! Gedreckt, endlich! Gut, das hab ich hingekriegt! Uff! 4.000! 6.000! 6.000! 6.000! 7.000! 7.000! 7.000! 7.000! Schon bei 14.000! Ich hoffe wir noch die 14.000! 7.000! 7.000! 8.000! 8.000! 8.000! 9.000! 9.000! 10.000! 10.000! Leute, das war's mit dem Video. Wir haben es geschafft, ihn zu explodieren. Vergiss nicht zu abonnieren, ein Like dazu lassen. Bye. Bis zum nächsten Video.